Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen Bild. O Lenke der Wanderer Pfade und segne Maria sie mit, damit wir das Herz dir erfreuen und selber im Geiste erneuen. Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen Bild. Von Perle zu Perle pilgern auf dem fränkischen Marienweg, von der Marienkapelle Bad Kissingen zu Maria Geburt Windheim. Mit 21 Kilometer ist der Wallfahrtsweg diesmal nicht allzu weit. Der letzte Abschnitt des Weges führt durch einen schattigen Mischwald. Die Gnadenstätte Maria Geburt liegt am Ortsrand von Windheim, dominant auf einer kleinen Anhöhe. Die Ursprünge der Kirche sind archivarisch nur unzureigend belegt. Der Sage nach verehrte sich ein Mann im besagten Salzforst und gelobte, bei seiner Rettung eine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes zu errichten. Das Wunder geschah und der Gerettete errichtete einen Bildstock mit einem Gnadenbild. Wenig später entstand an der Stelle eine erste Kapelle mit gotischem Chor und Kreuzrippengewölbe. Die heutige Kirche wurde zwischen 1820 und 1843 im klassizistischen Stil errichtet, wobei der mittelalterliche Chor als Sakristei enthalten blieb. Das Gotteshaus ist ein Saalbau mit flacher Decke und eingezogenem Chor. Das Innere des Kirchenraums wird dominiert von der Kanzel und den drei Altären. Der mächtige, viersäulige Hochaltar füllt das gesamte Chorhaupt aus. Im Zentrum ein Gemälde mit dem gekreuzigten Heiland mit einer tiefen theologischen Aussage. Im Hintergrund, im Halbdunkel, die Stadt Jerusalem, Lukas 23,44. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Der gekreuzigte Heiland im Vordergrund, vom göttlichen Licht erhellt, wirkt jugendlich und losgelöst vom Kreuz, das in der Dunkelheit nur noch schemenhaft zu erkennen ist. Unter dem Kreuz stehen in einer ergreifenden Haltung links die Gottesmutter und rechts der Apostel Johannes, der einzige Apostel, der unter dem Kreuz stand und sich nicht versteckt hatte. Unter dem Kreuz ein reich verzierter, zweigeschossiger Tabernakel als das Haus Gottes unter den Menschen, flankiert von zwei anbetenden Engeln. Auf den Türen der Ziporiumsnische das Alpha und das Omega aus der Offenbarung 1,8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Die Türen der Expositionsnische sind verziert mit zwei Vasen, aus denen Weinreben und Weizenähren wachsen, als Hinweis auf das letzte Abendmahl, Lukas 22,17-19. Der Tabernakel wird begrönt von dem Lamm mit dem Buch und den sieben Siegeln aus der Offenbarung. Johannes 6,1 Den Abschluss des Altars bildet ein Aufsatz, geschmückt mit zwei Vasen. Im Zentrum ein Medaillon mit der Inschrift, Gott ist die Liebe. 1. Johannesbrief 4,16 Und darüber in einer Wolkengloriole mit Strahlkranz, verziert mit Engelsköpfen, das Auge Gottes, das Symbol des dreifaltigen Gottes. Die beiden zweisäuligen, schräg gestellten Seidenaltäre sind schlicht gehalten und gleichen sich im Aufbau. Das Altarblatt des linken Seidenaltars zeigt die Verkündigung Mariens, seitlich davon rechts der heilige Joachim, der Vater Mariens, und links die heilige Anna, die Mutter Mariens. Im Aufsatz, der von zwei kleinen Engeln flankiert wird, eine sogenannte Veronika, ein Abbild des Schweißtuches Jesu Christi. Der rechte Seidenaltar birgt das Gnadenbild in einem Glasschrein. Das Gnadenbild stammt aus der Zeit zwischen 1300 und 1350. Die gefasste Holzfigur zeigt eine Throne der Mutter Gottes mit Jesuskind und Zepter. Das Haupt Mariens ist mit einem Kranz aus zwölf Sternen umgeben, zu ihren Füßen der Mond, Offenbarung 12.1. Die beiden Assistenzfiguren sind, links der heilige Valentin, der Patron der Liebenden und Epileptiker, rechts der heilige Wendelin, Patron der Hirten und Bauern. Das Altarblatt zeigt den Besuch Mariens bei ihrer Base Elisabeth. Der Aufsatz wird flankiert von zwei kleinen Engeln, das Bildnis stellt den heiligen Hieronymus dar. Unweih des Gnadenaltars legen mehrere Fortieftafeln und verschiedene Madonnenbildnisse ein beredetes Zeugnis von der großen Verehrung und der tiefen Dankbarkeit ihrer Spender ab. Die Kanzel aus dem Jahr Die Kanzel aus dem Jahr 1825 ist schlicht gehalten. Sie wird geziert von vier Büsten, die nicht, wie gewöhnlich, die vier Evangelisten oder die Kirchenväter zeichnen, sondern die damals bekannten vier Erdteile. Auf dem Schalldeckel thront der gute Hirte. Ein Kreuzweg und zahlreiche heiligen Figuren, teilweise unbekannte Herkunft, schmücken den gesamten Kirchenraum. An der rechten Langhauswand vorne eine Figur des Herzen Jesu. Im Anschluss der heilige Josef mit dem segnenden Jesuskind, das die Weltkugel in der Hand hält. Danach folgt der heilige Valentin als Patron der Lebenden und Epileptiker. Zum Schluss der heilige Bruder Konrad, ein Heiliger unserer Zeit. An der linken Langhauswand eine Marienfigur mit einem goldbestickten blauen Mantel der Farbe des Himmels. Es folgt die heilige Elisabeth von Thüringen mit einem Armen zu ihren Füßen, den sie ein Stück Brot gibt. Neben der Kanzel, die Gottesmutter Maria als apokalyptische Frau, den Mond unter ihren Füßen. Sie zertritt der Schlange, den Symbol des Bösen, den Kopf. Im Chor, neben dem Eingang zur Sakristei, der Frankenapostel Kilian. Die erste Orgel von 1778 wurde 1902 von der Orgelbaufirma Schlimmbach ersetzt. Das Instrument verfügt über zehn klingende Register, die auf zwei Manuale und Pedal verteilt sind. In jüngerer Zeit kam es zu einem langsamen Wiederaufleben der Windheimer Wallfahrt. In den letzten Jahrzehnten wallen auch an den traditionellen Festen Mariageburt und Siebenschmerzen Maria wieder Prozessionen und Wallfahrten aus den umliegenden Orten nach Windheim.